Ich begrüße euch Leidl und Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Tirol RB. Mit dabei ist heute der Jonas. Moin. Und ja, was heute alles wieder passiert, lasst euch überraschen. Wiederherzogen, machen wir weiter. Jonas, bist du im Funk? Jo. Und was machst du gerade? Ich bin am Räumen. Du bist auch am Räumen. Sicher. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist heute der ganze Schnee so ein bisschen vereist. Der will irgendwie nicht so ganz an der Seite. Das war schon voll krank, ne? Er ist bestimmt festgefroren. Also, rollen wir nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020